Heute Nacht auf Ghost Seekers. Wir sind hier auf dem Friedhof. Vor 200 Jahren kamen englische Siedler hierher, um eine Kirche auf heiligem Boden zu bauen. Über 100 Männer und Frauen wurden gefoltert und letztendlich getötet, weil sie von Dämonen besessen waren. Wir sind da. Hast du Andrea gesehen? Nein, sie ist verschwunden. Es ist auf dem Tape. Schaut es euch doch einfach an, bitte. Hast du das gesehen? Was hast du getan? Was hast du getan? Ich habe die Karte und den Kompass, also können Sie... Wie kann ich heute tun? ARD Text im Auftrag von Funk